Hallihallo. Moin Mädels. Moin. Schönen guten Tag, liebe Airsoft-Gemeinschaft. Airsoft-Gemeinschaft? Im Titel stand's auch schon. Ihr seht's, Let's My Gear Video. Das letzte ist jetzt, wie lange her, Hannes? Drei Jahre. Drei Jahre. Auch da hatte ich schon ein bisschen CQV-Erfahrung, aber halt jetzt halt so nach drei Jahren noch ein bisschen mehr, würde ich behaupten, hat sich ein bisschen was verändert. Flo und ich machen das gemeinsam, weil wir beide ein bisschen, ein paar Unterschiede haben. Zum Beispiel, wo fangen wir denn an? Wir fangen bei dem an, was mich jetzt für so'n Videodreh am meisten stört, das ist die Schutzbrille. Wie sollte ein jeder tragen? Vor allem CQV. Eigentlich egal wo. Immer Airsoft. Das ist jetzt hier irgend so'ne Bollé. Hier steht Silium drauf. Keine Ahnung, ob das Modell ist. Ich kauf mir immer irgendwelche oder meistens irgendwelche Bollé-Brillen, die irgendwo im Angebot sind, weil die eigentlich immer ganz gut funktionieren und gut sitzen, wenig beschlagen. Ich weiß nicht, ob Hannes das einfangen kann auf dem rechten Glas. Den Kratzer. Ja, ist doch. Genau aus so'n Grund, weil ich immer zu dusselig bin und immer irgendwie schlecht damit umgehe, kauf ich mir billige Bollé-Brillen anstatt irgendwelche teuren. Ja, an die bin ich aber auch relativ günstig rangekommen. Trotzdem. Aber ich hab halt ne Swiss Eye Raptor. Die reichen vollkommen aus. Also die beschlagen teilweise echt weniger als teure Brillen, würde ich behaupten. Was da natürlich geil ist, dass du hier so'n bisschen... Ja, das hattest du bei Bollé auch teilweise. Ja? Ja, gibt's auch. Bei der jetzt nicht. Gibt's auch. Aber wenn du die aufsetzt, hier siehst du so die Umrandung von dem Glas, bis wohin das geht und bis wohin das bei Flo geht. Das liegt halt richtig schön an. Hier oben ist es aber ein bisschen dicker, damit es hier nicht so ein großer Spalt ist. Hier an der Seite geht das ein bisschen weiter rüber, sodass halt von der Seite auch nicht unbedingt direkt BBs in die Augen können. Das geht hier oben alles schon ein bisschen einfacher. Hier kann ich meinen kleinen Finger reinstecken. Das ist halt gerade CQB, wo die Leute aus sehr vielen Winkeln auf die schießen. Vielleicht nicht unbedingt, wie wollte ich das jetzt sagen? Von Vorteil? Das ist schon von Vorteil. Achso, du meinst so'n Schutz an der Seite noch und so. Wir spielen beide in der Regel ohne Mundschutz. Manchmal, weiß ich nicht, da hab ich so'n Tag, da hab ich irgendwie ein bisschen Schiss. Und setz mir dann meinen Mundschutz trotzdem noch auf. Das ist so'n ganz einfacher. Mit hier so Polsterung an der Seite. Mich nerven die Dinger halt wie Sau. Selbst die mit Polsterung, weil darunter schwitzt du dann wie Sau. Man könnte sagen, gerade die Dinger mit Polsterung. Ja, aber da kannst du wenigstens besser anlegen. Ja, die sind vom Tragekomfort halt ein bisschen schöner auch. Genau. Du kannst das Gewehr besser anlegen, weil das hier alles Sachen so'n bisschen weich ist und so. Mit haben wir also auch immer. Es kommt halt immer so auf den Tag an, wie die Leute so wirken auf einen. Bei mir von der Tagesstimmung wirklich. Wenn die schon wie so Wilde da irgendwo rumballern, dann kriegst du vielleicht hier und da auch mal ein gutes Gefühl. Ich hab den sogar bei meinem Outdoor-Loadout. Das kommt, also das Selbstmagier von meiner Outdoor-Gear. Das drehen wir hier nach. Das kommt auch in ein paar Wochen. Da hab ich die sogar immer in meiner Tasche. Echt? Ja? In meiner Bauchspeck-Weck-Tasche. In der Bauchspeck-Weck-Tasche, genau. Weil ich, weiß ich nicht, auf dem Feld ist mir schon mal so vorgekommen, wo ich mir dachte, oh nee, jetzt ziehst du vielleicht doch lieber einen Mundschutz auf. Weiß ich nicht. Alles in allem, wer sich nicht entscheiden kann, ob mit oder ohne, macht lieber mit. Sicher ist sicher, weil so eine Zahnreihe ist schon teuer, wenn da irgendwie eine Ecke rausgeschossen wird oder so. Alles schon mehrmals passiert. Man hat gerade eine gute Zahnzusatzversicherung. Muss echt nicht sein. Klamotten, ne? Ja, im Prinzip. Standard komplett von Invader Gear ist es ja nicht, sondern schon das Standard Combat Shirt. Also verschiedenste Variationen, wenn es jetzt im Sommer heiß ist oder sowas. Dann T-Shirt oder das kurzärmelige Combat Shirt. Ansonsten Multicam Black, finde ich, sieht optisch halt einfach ziemlich cool aus. Und hat auch tatsächlich eine ziemlich gute Tarnwirkung bei uns auf dem Spielfeld, wo viel Lichtschatten ist. Ja, ansonsten, ich sag mal, bisschen bessere Hose. Aber jetzt kommt die RC Predator. Die Predator. Genau. Das ist aber schon die erste Variante noch. Genau, das ist die erste Variante. Die neue hat ja hier so dieses geriffelte Gummistoffkram. Sieht auch mal ein bisschen cooler aus. Tragekomfort. Also der erhöhte, verstärkte Bund hier. Wenn man jetzt mal irgendwie einen Gürtel tragen will. Schuhe hast du jetzt gerade keine? Schuhe habe ich jetzt gerade keine und muss ich mir erst neue kaufen. Aber ich bin da so ein bisschen im Zwiespalt, ob ich mir jetzt Lowa oder Hikes hole. Ja, aber eins von den beiden schon. Eins von beiden, weil beide sollen schon ziemlich gut sein. Und gerade beim Airsoft, wenn es jetzt wieder öfter auf Outdoor-Felder geht oder so. Nächstes Jahr, was wir geplant haben. Das ist gutes Schuhwerk schon echt wichtig. Wer noch andere Schuhe Empfehlungen hat. Ja klar, mal in die Kommentare. Aber mit Begründung warum. Warum die gut sind. Und vor allem auch nicht welche, die ihr gerade erst gekauft habt. Sondern die ihr schon eine Weile im Einsatz habt. Handschuhe habe ich jetzt gerade nicht mit. Aber das ist, wie bei Julian auch, wie bei uns allen, sind das verschiedenste Mechanics Handschuhe im Regelfall. Meistens. Ob die es glaubt oder nicht. Ich habe immer noch von meinem ersten Let's My Gear Video. Mein, was haben wir Star Wars genannt? Urban Distress Motherfucker. Look, ja. Also immer noch das erste Kombi-Shirt, was ich mir jemals gekauft habe. Mit der gemoddelten Hose. Meine erste Hose, die ich mir gekauft habe, ist die Ranger. Genau, die Ranger mit den Beinplatten von der damals Begadi Basic-Kollektion. Solche Beinplatten sind da drin, so in der Art. Und die kannst du halt hier unten aufkletten. Und dann kannst du die da reinschieben. Und jetzt hat sie vor drei Spielen oder so, hat sie das erste Mal hier so ein paar Kampfspuren von sich getragen. Aber du slidest damit halt auch über das Spielfeld. Und das ist rauer Betonboden teilweise. Das ist schon geil. Aber ich will mir demnächst auch die neueste Version davon holen. Und auch die ganzen Kombi-Shirts. Da gibt es ja auch das normale Kombi-Shirt, das langärmliche, das kurzärmliche und dann nochmal das normale T-Shirt. Ja, komplett Baumwoll-T-Shirt. Wo dann der Stoff hier, der Stoff geht dann hier an den Seiten komplett weiter. Ja. Das hole ich mir alles noch, aber ich wechsle da immer hin und her. Was mir hier eigentlich am wichtigsten war, war wirklich die Knieschoner. Das ist wirklich wichtig. Gerade CQB muss das sein, finde ich. Das ist so oft auch, wo du einfach nur immer kniest, ne? Ja, oder du duckst dich ab, gehst auf die Knie und kniest dann mit der kompletten Kniescheibe voll auf einer BB. Genau. Kniet euch mal auf eine BB. Das ist nur ganz kurz so, mit ein bisschen Schwung. Tut weh. Dann wollt ihr Knieschoner haben. Zu guter Letzt meine Schuhe. Das sind Stiefel, die bis einmal über den Knöchel gehen, wegen Umknicken und Schutz und so. Das sind Expeti Thermator. Und zwar sind das einfach nur irgendwelche Stiefel von Amazon, die wahrscheinlich irgendwo aus China kommen oder so. Aber ich kann euch sagen, die nehme ich CQB und hab die eine Weile auch Outdoor immer genutzt. Seit, keine Ahnung, anderthalb Jahren jetzt schon oder einem Jahr? Die halten verdammt viel aus. Und du fühlst dich da drin so ein bisschen wie so ein Panzer. Ich will jetzt demnächst nochmal umswitchen, weil die jetzt schon dort schon ein bisschen in die Jahre gekommen sind und ein bisschen dreckig und spackig sind. So ein bisschen eklig. Aber was mir zum Beispiel da auch wichtig ist und was auch viele bei der Wahl der Schuhe vergessen, ist die Sohle. Die Sohle sollte nämlich so aufgebaut sein, dass keine BBs drin stecken bleiben können. Es gibt nichts Schlimmeres als Schuhe im CQB vor allem, wo BBs in der Schuhsohle stecken bleiben. So nervig. Du bist so nervig. Das ist so übel, wirklich. Ich hatte Stiefel, die so waren und da konnte ich nicht weiterspielen mit. Das war echt fürchterlich. Deswegen hab ich mir extra welche gesucht. Das wird teilweise echt rutschig. Ich bin ein bisschen ungelenkig. Weißt du extra welche gesucht, wo das nicht passieren kann? Und im Winter passt auch alles. Also die sind echt gut. Paarmal sauber gemacht, imprägniert, wunderbar. Plattenträger. Ja, Plattenträger. Du hast den Standardplattenträger. Invader Gear. Eigentlich nicht viel dran. Ein bisschen Deko-Kram sind hier für die Handschuhe. Ein Karabiner. Die Fast Macs waren damals von ... Also wenn wir sie finden in der Optik, dann packen wir sie auch in die Videobeschreibung. Fast Macs halt einfach ... Ich sag der Name schon, geht schnell. Ab und zu an der Seite mal, je nachdem ob wir mit Funk spielen oder nicht. Habe ich hier halt Headset auf, verkabelt. Headset Tasche. Hinten eigentlich nur noch eine ... Eigentlich für eine Wasserflasche. Ja, so eine Tasche auch von Aidsfields. Die ich ein bisschen mit Karabinern hier unten fixiert habe. Dass das wirklich straff ist. Ja, wir wollten ja jetzt erreichen, dass halt die Flasche wirklich straff auf dem Rücken sitzt und nicht hin und her wabbelt. Genau. Und deswegen hat er die Flaschentasche genommen. Die ist zwar eigentlich für normale Pullen ein bisschen zu klein, deswegen hat er sich extra so eine 08er. So eine 08er von Shark, genau. So eine ganz kleine und auch den kleinsten schmalsten Regulator, den wir gefunden haben, da drauf geschraubt. Und dann passt das gerade so hier rein. Im Durchmesser, sowohl im Durchmesser als auch von der Höhe. Hier oben ein Loch reingeschnitten. Gucke. Da ist ein Loch drinnen. Einfach reingeschnitten und die Enden mit einem Feuerzeug verödet. Und dann Schlauch raus, fertig. Dann hast du den Träger langgelegt und dann hast du hier dein Schlauchende. Kannst spielen. Da habe ich nämlich das Problem zum Beispiel, ich habe jetzt noch diese Tasche hier. Den Rucksack, den wenn ich mit HPA spiele, CQB, dann molle ich den hier halt rein. Und ihr seht schon, da habe ich mir schon mal so testweise mal so ein bisschen Pappe reingestopft und so. Um zu gucken, dass ich die Flasche da möglichst spielfrei da drin habe, damit das nicht so hin und her wabbelt. Aber was soll ich sagen? Der ist halt um einiges größer. Wenn du gebückt läufst hinter der Deckung, wirst du schneller gesehen. Das Ding wabbelt. Wenn du sprintest, nervig. Also eine akkurate Flaschentasche für so eine 300 Bar Composite Flasche fehlt mir auf jeden Fall noch sehr. Das ist eine absolute Notlösung. Je nachdem, wie das Feld gerade ist, also entweder wenn Backup Pflicht ist, hast du hier, wie Julian auch hat, Hardscheinholster am Bund einfach dran. Oder wenn jetzt doch mal mehrere gegnerische Spiele auch Granaten haben oder sowas, habe ich halt hier einmal nochmal eine separate Beinplatte, die ich mir dann dran hefte. Dann kann ich hier meine Granaten rausziehen. Zwei Stück. Das reicht in der Regel. Und dann kannst du so auch verfahrene Situationen im CQB-Bereich klären. Hier oben, die Gummis links und rechts, die sind nicht einfach so da. Die sind dazu da, um den Riemen, der hier lang geht, ein bisschen mehr auf dem Polster zu fixieren. Weil wir hatten das Problem bei dem Plattenträger, dass dann dieser Riemen hier gerne auf dem Polster hin und her rutscht und dann das Polster teilweise zur Seite rutscht und dann drückt es da ein bisschen. Mir war jetzt zum Beispiel genauso wie hier wichtig, dass hier diese Schnellverschlüsse sind. Zum einen sieht es cool aus und zum anderen ist es auch echt angenehm an und aus zu ziehen. Bei mir ist im Prinzip fast das gleiche, bloß, dass ich noch einen anderen Invader Gear Plattenträger genommen habe, der hier oben diese dreieckigen Schnitt hat. Weil ich habe immer das Problem gehabt irgendwie, wenn hier diese Schnallen sind. Ich weiß nicht, ob mein Oberkörper irgendwie zu schmal ist oder so. Auf jeden Fall habe ich das Problem, wenn ich das Gewehr hier anlege oder anlegen will, richtig schön in die Schulter pressen möchte, dass mir dann immer oder immer wieder so eine Schnalle im Weg hat. Ja, das stimmt. Und dann liege ich immer so ein bisschen weiter außen und das ist irgendwie unangenehm und fühlt sich nicht so gut an. Deswegen habe ich dann mir den anderen Plattenträger gekauft, der hier halt so gut sitzt und habe mir quasi die eigentliche Aufnahme für die Magazintaschen in Naht gelöst. Alles entfernt und mir diese Schnallen hier dran gemacht und dann halt diese Wechselplatte da drauf zu kriegen. Und in dem Moment, wo ich die Wechselplatte hier drauf kriege, habe ich dann auch gleichzeitig den Kummerbund komplett einmal von dem anderen Plattenträger genommen, von diesem hier, den Flo hat. Einmal von dem weggeklaut und hier dran gebaut. Das heißt, ich habe jetzt hier auch meine Schnellverschlüsse, so wie ich das gerne hätte. Dann kann ich hier einmal vernünftig anlegen. Es ist alles schön flexibel und ich kann meine Platten tauschen. Wer mich kennt oder wer ein paar Videos von uns kennt, der weiß, ich spiele sehr gerne hier mit der Avalon M4 oder aber vielleicht auch mal mit der hier, wo ich dann mal einfach andere Magazintaschen brauche. Und diese anderen Magazintaschen kann ich mir dann einfach dran machen, indem ich die Platte wechsel. Einfach hier die Dinger raus, Platte hoch und einmal tauschen und fertig. Also im Prinzip, so wie du es gebaut hast, wäre es eigentlich optimal, wenn man nicht diesen Arbeitsaufwand hat. Also wirklich der Träger einfach mit diesen flachen Schulterriemen wäre optimal. Genau, weil mir gefällt auch die Aufmachung von dem oberen Bereich hier bei dem Plattenträger besser. Deswegen, das gefällt mir hier nicht so, wo hier noch die dicke Naht ist, ist es nicht so geil. Das hier an der Seite ist halt dieser Riemen, also diese Molleschlaufe nochmal schöner. Es sind so kleine Details, also wirklich der mit den Schulterriemen wäre eigentlich optimal. Genau. Dann, für Funk, in meinem letzten Video hatte ich immer noch das große Headset auf von Irmo. Das ging mir immer mehr auf den Sack, dass es immer wieder hatte das Probleme oder der Knopf hatte Probleme. Und das ging mir einfach auf den Senkel. Deswegen habe ich jetzt Funk dahingehend komplett weggelassen und mache mir dann einfach immer meine Funke hier einfach rein. Stecke ich mir mit diesem Gürtelclip, stecke ich mir die hier in die Molle, ziehe mir den Knopf hier irgendwo hin und habe dann den Stöpsel hier im Ohr. Ein ganz einfaches Headset, fertig. Das nervt wirklich. Echt. Mit Irmo, das ging mir zu sehr auf den Sack dann auf Dauer. Ansonsten nehme ich ab und zu nochmal eine Granate mit. Mentos, Jungs! Wenn dann die Tornado, wenn es richtig hart auf hart gehen muss, dann nehme ich auch mal meine zwei Eras, die ich immer noch in Reserve habe. Mit der Tornado als Timer-Grenade, auf jeden Fall perfekt für CQB. Mit den beiden Eras nochmal als Impact, super. Die packe ich mir dann entweder mit einem 3D gedruckten Halter hier vorne drauf, wenn da keine Taschenlampe wäre. Oder an eine Seite oder an einen Gürtel oder, was ich am liebsten mache, ich stecke sie mir einfach in eine Hosentasche. Weil diese 3D gedruckten Clips halten nicht unbedingt immer, weil die Granate echt schwer ist. Deswegen einfach in eine Hosentasche stecken. Dafür hat man auch große Taschen hier, ist doch scheißegal. Funktioniert super. Wenn du in einer Granatensituation bist, dann kannst du die auch schnell genug ziehen. Passt. Dann spiele ich aber auch gelegentlich nochmal mit Pistole. Kommst du noch klar an das? Gleich fertig. So, mit Pistole mache ich es mir ganz einfach. Da habe ich hier die Universal-Hartschalenholster für einen Gürtel geholt. Die man sich hier einfach so an den Hosenbund oder an den Gürtel klemmen kann. Und da packe ich mir dann meine High-Copper-Magazine oder meine R17-Magazine, die Glock-Magazine rein. Deswegen auch Universal, da passen sie alle rein. Und manchmal nutze ich das hier noch mit, aber eigentlich, wenn ich Pistole-Only spiele, brauchst du ja eigentlich kein Holz da. Eigentlich nutzen wir es wirklich nur dann, wenn explizit auf einem Feld Backup-Pflicht ist. Genau. Ach, das habe ich noch vergessen. Ansonsten spielen wir eigentlich immer so, dass wir ja entweder uns zurückziehen, dass wir auf die Distanz kommen, wenn irgendwie ein Sicherheitsabstand gefordert ist auf dem Feld. Wie ging es jetzt um Pistole-Only? Bei Pistole-Only spiele ich ja mit High-Copper zum Beispiel, mit HPA. Und dafür habe ich so einen alten Fahrrad-Rucksack vor mir noch. Der hat schon ein paar Jahre hinter sich und auch schon ein bisschen was erlebt. Aber der ist halt ideal. Weil du hier hinten, also ich kann nur jedem empfehlen, haltet auch schon nach so einem Rucksack für HPA. Ist wirklich geil, richtig geil. Hier hinten hast du ein Gitter, hast Luft dazwischen, atmet. Perfekt, du schwitzt kaum auf dem Rücken deswegen. Und hier in der Mitte sind zwei Streben innen drin. Die kann man hier sehen. Ne? Und hier für eine Hydration-Pouch oder ne, für eine, wie heißt das, so eine Trinkblase ist das eigentlich gedacht. Und da passt perfekt meine HPA-Flasche rein. Und die HPA-Flasche, die sitzt so perfekt zwischen diesen beiden Stegen, dass da nichts wackelt. Das ist total geil. Und dann hast du halt durch die Schulterriemen und so weiter, kannst du diesen ganz kleinen, leichten Rucksack extrem fest an deinen Körper anziehen. Das ist wie, da setzt du gar nichts auf. Das ist total gut. Und dann halt die Magazine am Gürtel. Ja, eigentlich nicht wirklich viel Klim-Bim, also wirklich nur das Nötigste, um möglichst agil und leicht zu bleiben. Also meistens ist es wirklich so, wie ich hier stehe, so gehe ich meistens los. Achso, die Taschenlampe. Guck mal. Die Taschenlampe, das ist eine Fenix TK16. Die hatte ich letztes Mal schon. Das ist schon wieder die zweite, weil ich meine andere verloren habe. Oder die wurde mir geklaut, ich weiß nicht genau. Hier habe ich ein bisschen Klett drum gemacht. Und dann ist hier, gibt es bei Begadi im Angebot, so ein Zug. Der ist auch relativ stark. Also der schafft es auch, so eine Taschenlampe hochzuziehen. Gibt es nicht oft. Die klette ich mir dann hier einfach nochmal dran. Natürlich, wenn du rennst, wackelt ein bisschen. Die rutscht auch mal ein bisschen weiter runter. Aber nicht sehr weit, weil ja dieser Zug da noch mit dran ist. Perfekt. Und dann kann ich auch mal im Dunkeln, ne. Lampen sind ja in Deutschland verboten am Gewehr. Also gehe ich so vor. Und wenn ich es wirklich brauche, dann kann ich mir das Ding ziehen. Und so rumlaufen. Weißt du? Einfach das Gewehr hier auf die Hand ablegen. Lampe habe ich alles dabei. Strobo, alles dabei. Perfekt. Und ich kann sie nicht verlieren. Ich habe auf dem Rücken noch so eine kleine Machete. Klein. Klein. Das ist total dumm, weil ich da selber, ich komme da halt kaum dran. Und selbst wenn ich dran komme an den Griff, dann komme ich nicht an die Verriegelung dran. Das heißt, ich kann die nicht ziehen alleine. Das heißt, Flo muss mir den Deckel aufmachen. Was auch total gut geht. Und dann ziehe ich mir die raus. Und dann habe ich die in der falschen Hand parat. Das ist nur Deko. Scheiß drauf. Ich fand die einfach nur cool und wollte die mitnehmen. Und ich dachte mir, wenn ich mal irgendwie in eine Situation komme, wo ich sie zufällig in der Hand habe, dann ist das ganz witzig. Ich habe wirklich tatsächlich im letzten Spiel, habe ich mir die so schon hier dann einfach so zwischengeschoben. Also andersrum. Und dann bin ich so, habe ich dann so gespielt und dann habe ich unter dem Spawn gehört so, oh, die spawnen jetzt gerade. Da war ich gerade im Treppenhaus unterm Stroh und blablabla. Und dann wusste ich, okay, die sind da. Die stehen mit dem Rücken zu mir. Dann habe ich das Gewehr weggestellt, die Machete genommen und bin dann hingelaufen und habe drei Leute abgeschnetzelt. Dann habe ich abgeschossen. Das musstest du jetzt nochmal sagen, ne? Ja, das war witzig. Das hat Spaß gemacht. Und wer hat dich rausgeschossen? Ja, Flo's Freundin. Die zum ersten Mal gespielt hat. Ja, die stand mit seiner scheiß Pistole mit schwarzen Klamotten in einer komplett schwarzen Ecke. Hab ich nicht gesehen. Tja. Aber ich war sowieso echt nervös genug, weil ich nicht abgeschossen werden wollte. Ich bin da so rein. Und zu und zu. Irgendwie drei Leute erwischt. War witzig. Gut. Gibt es noch ein Porn? Machen wir noch. Machen wir noch. Okay. Dann, wenn noch Fragen sind, in die Kommentare. Ansonsten ab in den Porn. Auch. Ja,αι. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.